Jetzt haben die Spaß, jetzt haben die Spaß, mir gefällt mir das. Hallo mein Schatz, mach so, mach so. Jawoll. Und wie ist das? Besser, ne? Rei, Barbolino. Komm! 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 Okay, komm! Geh rein! Michael, mach mal einen Kopfsprung rein. Ein Kopfsprung, da rein. Komm, mach. Ist der Wasser dicht? Nee, nein, nein. Geh in mein Süge. Geh in mein Süge. Ja, Mann. Das ist super cool. Geh in mein Süge. Nicht so weit raus gehen. Hi, Rutsch im Nenni. Wasser machen! Hast du noch nicht? Hast du mir den Riss? Nein! Hallo Schatzi, alles klar? Ja. Wie geht's dir? 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 Du küsst. Zu spät, du küsst. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wenn du so ein Boxing bekommst, dann kannst du es nicht falsch spielen. Und Klamotten anscheinend. Du kannst ja da sein, wow! Ich werde euch mal ein Video machen und gucken. Man ist halt gut, dass du da bist. Sehr gut. Geht doch auf den Samt ein bisschen spazieren. Komm Rocky, du schaffst das. Schatz, die stehen da. Das ist nicht tief. Die stehen da. Das ist so schönes Samt. Das ist so schönes Samt. Du hast dich auf den Sohn. Ich komm schon ein. Das ist gut. Das ist ja auch so schön. Das treibt doch nicht so schlimm. Das treibt nicht so schlimm, dass er. Leider, nasselst du. Du machst das super, Schatz. Geh mal 10 Schritte geradeaus, bis du nicht mehr richtig stehen kannst. Weiter, weiter, weiter. Das ist die einmalige Gelegenheit für euch. Für so ein Wetter kriegt man nie wieder hin. Aber immer rantasten. Wenn du nichts berühren kannst, dann schwimmen. Okay, reicht. Ja, was war das denn? Oh mein Gott. Eine Wasserbombe. Deine Nase. Alles gut. Da passiert schon nichts. Das ist Salzwasser. Das ist gut zu classe Wir sehen uns beim nächsten Mal.